Moin moin Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es das Wordle mit L, also so nenne ich das, das ist Wordle, aber das ist mir zu schwer auszusprechen. Und ja, das ist eigentlich das gleiche wie Wordle, nur mit Ländern. Ich würde einfach mal sagen, das hier sieht irgendwie aus wie Albanien, finde ich. Oder, warte mal, Irland ist das nicht, Island ist das nicht, Griechenland ist das alles nicht, oder es ist überall Albanien da irgendwo, wie heißen denn die Länder da, Kosovo denke ich mal nicht, Kroatien ist so eine Kurve, sage ich mal. Ich würde einfach mal sagen, um zu gucken, ob wir da in der Nähe sind, Albanier, oh scheiße, Albanier, lol. Achso, nee, okay, ich dachte gerade, es ist vielleicht Mexiko, also zur Erklärung, ihr seht, Albanien ist von dem gesuchten Land da oben 10.447 Kilometer entfernt und Richtung Westen, weil der Fall nach links zeigt, also Richtung Amerika. Amerika, so, Prozentanzeige ist eigentlich egal. Okay, es ist irgendwas dann Amerika, das ist vielleicht Pan, nee, Panama hat, oder? Nee, Panama hat rechts eine Abgrenzung, äh, rechts keine Abgrenzung. Das ist eins, was links den Pazifik hat und rechts eine Abgrenzung. Aber ich kenne mich da drüben nicht so gut aus, ich hätte jetzt gesagt Mexiko, aber das sieht ein bisschen anders aus und hat ja auch keine Abgrenzung rechts. USA, Kanada auf gar keinen Fall, da drunter Panama, die ganze Geschichte kenne ich gar nicht mehr richtig. Oder ist das, nee, nee, das ist keine Insel, niemals. Oder? Ich glaube nicht. Einfach mal, um zu gucken, ob wir in der Nähe sind, äh, gebe ich mal Panama ein. Oh nein, oh mein Gott. Nein, es ist das Land neben Panama. Wer, direkt der Nachbar von Panama, äh, warte mal. Es ist doch nichts am Wasser. Es ist doch nichts am Wasser. Hier ist kein Wasser. Hier ist nämlich das andere Land, was gesucht wird. Und hier ist noch mal ein anderes. Aber es ist ja nie in Panama noch. Ich kenne mich da drüben gar nicht aus, wirklich. Aber ich habe, ich bin ehrlich, Leute, ich habe die letzten Male, ich würde nicht sagen mit Cheat gespielt, aber mit Hilfe. Und zwar kann ich ja jetzt eigentlich auch machen, ähm, eine Weltkarte ohne Namen, sodass ich nur die Länderumrisse habe. So, ich gucke einfach schnell hier, äh, nehmen wir vielleicht das. So, warte mal. Kann ich das hier gucken? Oh, scheiße, nee, warte mal, das ist ja, nee, das wäre ein Cheat jetzt, das wäre lost gewesen. Ich hatte irgendeine Karte, wo ich auch gut die Umrisse gesehen habe. So, das hier, ist es besser? Ja, komm. Hm, das ist... Warte mal. Es ist so komisch da links. Das ist... Das ist... Warte mal, es ist... Es ist das ganz kleine da, hier... Es sieht irgendwie so aus. Nee, obwohl... Nee, so sehr ist es jetzt auch nicht gedreht. Da war, wo ist denn das? Panama ist ja... Das hier, glaube ich. Oh, das ist zu klein für die Karte. Ja, scheiße, wie soll ich denn das dann erraten? Weiß ich doch nicht, wie die Länder da heißen. Also, weiß ich nicht, also... Ich weiß ja, welches Land das ist, aber ich habe keine Ahnung von den Namen. Ja, hier sieht man jetzt vielleicht einen Namen, aber... Ich glaube, selbst da ist es nicht drauf. Ja, perfekt. Nee. Äh... Hm. Komm, Leute, lass mal ein Auge zudrücken. Ich weiß ja, wo das Land liegt. Ich weiß nur den Namen nicht. Ja, da muss ich streng genau echt raten. Also, ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu raten. Keine Ahnung, vielleicht ist das... Was ist denn da neben Panama vielleicht? Nee, Ecuador ist doch woanders. Ich habe keine Ahnung, was da sein könnte. Ich gebe hier einfach mal A ein. Das ist alles nicht. Das ist alles nicht. Ähm... Ähm... Ah, Aruba ist auch in der Nähe von da. Okay, dann lassen wir hier... Hm... Kiribati, keine Ahnung, ist, glaube ich, woanders. Sri Lanka ist, glaube ich, auch woanders. Äh... 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 Hm... 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 Warte, wo ist denn Bolivien? Das ist nicht da, oder? Bahamas ist das auch nicht. Vielleicht ist es Bermuda. Mann, ich bin immer so in der Nähe. Mann, warte, wie viele Trice? Ein letzter. Ja, okay. Kann ich ja nur raten. Ja, okay, vielleicht ist es doch Äquad... Nee, Äquadors. 100.000% ist das weiter östlich. Also in Südamerika. Das kann es nicht sein. So. Was ist es denn vielleicht noch? Vielleicht ist es ja... Guinea-Bissau. Scheiße. Costa Rica. Habe ich zwar schon oft gehört, aber... Wusste ich jetzt nicht, dass es direkt daneben Panama ist. Aber Panama war ein sehr starker Gäst, bin ich ehrlich. Warte mal. Ich gucke jetzt, ich habe ja die Lösung eh, ob ich das hier hätte anklicken können überhaupt. Ah ne, das ist nicht mal im Spiel. Okay, hat sich erledigt. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und bitte lassen Sie ein Abo da, das würde mir sehr gefallen. Äh, ja, und das war es auch schon. Äh, vielleicht störe ich mich bald wieder, weil ich habe da Lust drauf. Aber ich kann nicht, äh, es passt zeitlich nicht. Was mache ich hier eigentlich mit meiner Hand? Ciao.